hallo und herzlich willkommen zu cxsense germany auf diesem kanal erwartet euch alles rund um parfüm warum cxsense germany es existiert bereits cxsense das bin ebenfalls ich nur da sind meine videos auf englisch ich habe ebenso ein instagram account unter dem gleichen namen auch alles auf englisch und in der deutschen community bin ich nicht aktiv deswegen dachte ich mir warum nicht deswegen seid ihr hier auf diesem kanal auf diesem kanal wird es alles geben von den günstigsten cheapies bis zu den teuersten nischendüften vielleicht jetzt nicht ganz die teuersten aber das gesamte spektrum ist abgedeckt falls euch das ganze gefällt folgt mir doch einfach auf instagram abonniert diesen kanal und bin gespannt auf das was kommen mein name ist jano ihr wart wunderbar wie immer das klingt irgendwie komisch auf deutsch schaut euch meine englischen videos an dann macht dieses auto einen sinn bis zum nächsten video haut rein